Nach der Corona-Krise hat HWK Cottbus-Präsidentin Corina Reifenstein ihre Betriebe auf bessere Zeiten eingeschworen. Danach sah es zunächst auch aus, doch dann überfiel Russland, die Ukraine und die nächsten Probleme taten sich auf. Die waren natürlich auch Thema bei der gestrigen Vollversammlung der Handwerkskammer Cottbus. Treffpunkt war diesmal der Lehrbauhof in Großräschen. Ganz extrem sind natürlich die Preissteigerungen im Energiesektor, Probleme, Gaslieferung. Es sind ganz viele offene Fragen, zum Beispiel Unterbrechung der Lieferketten, exorbitante Steigerungen in den Baustoffpreisen. Und das sind so viele offene Fragen, dass es im Moment fast so wie in eine Glaskuckel schauen. Corina Reifensteins erste Aufgabe ist, Optimismus zu verbreiten. Gleichzeitig nimmt sie aber auch die Politik in die Pflicht. In Form des Lausitz-Beauftragten Dr. Klaus Freitag war ein passender Ansprechpartner gestern als Gastredner vor Ort. Er vertrat den eigentlich eingeladenen Dietmar Beutke. Zehn Milliarden Euro fließen für den Strukturwandel nach Südbrandenburg. Freitag schlägt sich dabei auf die Seite des Handwerks. Steigende Preise und Lieferengpässe belasten auch ihn. Die Preistagthause haben wir auf der Agenda. Wir diskutieren natürlich auch. Ich sage jetzt mal so, das geht mich ja auch selber an. Was sind denn meine 10 Milliarden noch wert nach dem 24. Februar? Was kann ich denn da noch mitmachen? Wie muss ich denn da Obacht geben, wie ich die Projekte steuere? Das Gleiche gilt ja für Sie. Da hört der Nachholbedarf aber nicht auf. Auch beim Thema Entbürokratisierung steht Deutschland auf der Stelle. Planungs- und Genehmigungsprozesse dauern zu lange. Manchmal frage ich mich, ist ein zweites Gleis schneller da oder ein Radweg? Sie glauben gar nicht, was für ein Planungs- und ein Diskussionsaufwand ein Radweg bedeutet im heutigen Deutschland. Da kann einem nur Angst werden, wenn wir über Transformation, Veränderungen in den nächsten Jahren reden, wo die Digitalisierung zunimmt. Probleme einzugestehen ist das eine. Das Handwerk möchte natürlich auch sehen, dass diese angegangen werden. So etwa auch beim geplanten Bau einer Bildungsstätte in Königswusterhausen. Die Handwerkskammer hat dafür Mittel aus dem Strukturfördertopf beantragt. Eine Förderung wurde jedoch abgelehnt. Auch das Land selbst habe derzeit keine freien Mittel. Klaus Freitag wurde mit der Situation konfrontiert. Er kündigte an, sich für eine Lösung einsetzen zu wollen.